Der störrische Esel und die süße Distel Karl Heinrich Wackerl Als der heilige Josef im Traum erfuhr, dass er mit seiner Familie vor der Bosheit des König Herodes fliehen müsse, in dieser bösen Stunde weckte der Engel auch den Esel im Stall. Steh auf, sagte er von oben herab, du darfst die Jungfrau Maria mit dem Herrn nach Ägypten tragen. Dem Esel gefiel das gar nicht. Er war kein sehr frommer Esel, sondern eher einer von ein wenig störrischem Gemüt. Kannst du das nicht selber besorgen? Ea, fragte er verdrossen. Du hast doch Flügel und ich muss alles auf meinen Buckel schleppen. Warum denn gleich nach Ägypten? So himmelweit, ea. Sicher ist sicher, sagte der Esel. Und das war eine von den Sprüchen, die selbst einem Esel einleuchten mussten. Als er nun aus dem Stall trottete, um zu sehen, welch eine Fracht der heilige Josef für ihn zusammengetragen hatte, das Bettzeug für die Wechnerin und einen Pack Windeln für das Kind, das Kistchen mit dem Gold der Könige und zwei Säcke mit Weihrauch und Mürre, einen Leib Käse und eine Stange Rauchfleisch von den Hirten, den Wasserschlauch und schließlich Maria selbst mit dem Knaben, auch beide wohlgenährt. Da fing er gleich wieder an, vor sich hin zu maulen. Es verstand ihn ja sowieso niemand, außer dem Jesuskind. Immer dasselbe, sagte er, bei solchen Bettelleuten. Mit nichts sind sie hergekommen und schon haben sie eine Fuhre für zwei Bauchsen beisammen. Ich bin doch kein Heuwagen, ja, sagte der Esel. Und so sah er auch aus. Als ihn Josef am Halfter nahm, waren kaum noch die Hufe zu sehen. Der Esel wölbte den Rücken, um die Last zurechtzuschieben und dann wagte er einen Schritt, vorsichtig. Weil er dachte, dass der Turm über ihm zusammenbrechen müsse, sobald er einen Fuß voransetzte. Aber seltsam, plötzlich fühlte er sich wunderbar leicht auf den Beinen, als ob er selber getragen würde. Ja, er tänzelte geradezu über Stock und Stein in der Finsternis. Nicht lange, und es ärgerte ihn auch das wieder. Will man mit mir einen Spott antun, brummte er, bin ich etwa nicht der einzige Esel in Bethlehem, der vier Gerstensäcke zugleich tragen kann? In seinem Zorn stimmte er die Beine in den Sand und ging keinen Schritt mehr von der Stelle. Wenn er mich jetzt auch noch schlägt, dachte der Esel verbittert, dann hat er seinen ganzen Kram im Grab liegen. Allein der heilige Josef schlug ihn nicht. Er griff unter das Bettzeug und suchte nach den Ohren des Esels, um ihn dazwischen zu kraulen. Ach, lauf doch noch ein wenig, sagte der heilige Josef sanft. Wir rasten auch bald. Daraufhin setzte der Esel sich wieder in Bewegung. Und so einer will ein großer Heiliger sein und weiß nicht einmal, wem einen Esel antreibt. Hi, ah! Na, mittlerweile war es dann Tag geworden und die Sonne brannte heiß. Josef fand ein Gestreuch, das dürr und dornig in der Wüste stand und in seinem dürftigen Schatten wollte er Maria ruhen lassen. Er lud ab und schlug Feuer, um eine Suppe zu kochen. Der Esel sah alles mit Misstrauen. Er wartete auf sein eigenes Futter, aber nur, damit er es verschmähen könnte. Eher frisse ich meinen Schwanz, murmelt er, als euer staubiges Heu. I, ah! Es gab jedoch gar kein Heu, nicht einmal ein Maul voll Stroh. Der heilige Josef in seiner Sorge um Weib und Kind hatte es rein vergessen. Sofort fiel den Esel ein unbändiger Hunger an. Er ließ seine Eingeweide so laut knurren, als Josef entsetzt um sich blickte, weil er meinte, ein Löwe säße im Busch. Inzwischen war auch die Suppe gar geworden und alle aßen davon. Maria aß und Josef löffelte den Rest hinterher und auch das Kind trank an der Brust seiner Mutter. Und nur der Esel stand da und hatte kein einziges Helmchen zu kauen. Es wuchs ja überhaupt nichts, nur etliche Disteln und Geröll. Gnädiger Herr, sagte der Esel erbost und richtete eine lange Rede an das Jesuskind. Eine Eselsrede zwar, aber ausgekocht und scharfsinnig und ungemein deutlich in allem, worüber die leidende Kreatur vor Gott zu klagen hat. Hi, ah, sagt er zum Schluss. Das heißt so viel, so wahr ich ein Esel bin. Das Kind hörte alles aufmerksam an. Als der Esel fertig war, beugte es sich herab und brach einen Distelstängel. Den bot es ihm an. Gut, sagte der Esel, bis ins Innerste beleidigt. So fresse ich ihm eine Distel. Aber in deiner Weisheit wirst du voraussehen, was dann passiert. Die Stacheln werden mir den Bauch zerstechen, sodass ich sterben muss und dann seht zu, wie ihr nach Ägypten kommt. Wütend bisser in das harte Kraut und sogleich blieb ihm das Maul offen stehen. Denn die Distel schmeckte durchaus nicht, wie er es erwartet hatte, sondern nach süßestem Honigklee, nach würzigstem Gemüse, also niemand kann sich etwas Köstlicheres vorstellen, er wäre denn ein Esel. Für diesmal vergaß der Graue seinen ganzen Groll. Er legte seine Ohren andächtig über sich zusammen, was bei einem Esel so viel bedeutet, wie wenn unsereins die Hände faltet. »Aber das Säger« war ein Esel. »Aber das Säger« war ein Esel. »Aber das Säger« war ein Esel. »Aber das Säger«